Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fiesta Online mit Kaios, Larkos und meiner Wenigkeit. Guten Abend. Ja genau. Guten Abend, willkommen zu den Tagesthemen. Also es geht auch mal weiter. Yeah. Hat zwar keiner mehr im Plan, was eigentlich anliegt, aber yeah. Also ich tatsächlich nicht. Ich esse euch nicht. Also ich habe hier eine Quest. Okay. Achja, wir sind ja im Mondscheingrab. Also ich weiß nicht, wo du hin musst. Ich schau mal. Karte öffnet sich mit M. Das weiß ich. Ja, ich meine ja nur. Also bitte. Danke. Ich muss da oben hin. Okay, da oben ist eine wunderbare. Ja, hier in die. Also ich muss da oben hin. Hochgeisterschleim. Und der ist da oben. Und die anderen sind alle beim Friedhof der Toten bei dem Tor da. Ah. Ja gut, ich gehe mal kurz zu dem, wo ich jetzt muss. Mach das. Also es ist nämlich in der anderen Richtung. Huch. Wieso kann ich das denn nicht? Hast du nichts? Ja, ich kann irgendwie gerade nichts aus meinem Premium-Item-Gedöns rausholen, aber egal. Oh, okay. Ja, ein unbekannter Fehler ist aufgetreten. Ich weiß für dich warum. Ich dachte, es ist nicht nur an den gekauften Gegenständen, aber bei dem Paket der Rückkehrer ist das genauso. Also bin ich nur noch halb beunruhigt, weil dann liegt es nicht an mir. Immerhin. So, das was ich habe, habe ich. Ich muss gerade einmal gucken. Okay, nee. Das ist ja furchtbar. Gott, das wird ja immer furchtbarer. Was willst du denn von mir? nicht von dir nein ich meine hier da das brümmel fichter okay wie meine ganzen digga da unten einfach viel zu klein für mich sind ich erkenne gar nicht was da was da was ist ich kann meine fähigkeit nicht erkennen das interface ist einfach sowas von unsagbar klein glaubst du gar nicht stehe es so mache das wird ja auch nicht besser hier nicht nee ich wie gesagt ich bin ja gerade mega rumspielen mit dem bild aber das macht den brei hier einfach nicht fertig gut bleiben wir dabei muss ich halt ob es einmal so hinziehen weil ich erkenne so zeit einfach und scheiße nicht mehr was da alles ist und was da nichts ist schlecht ja die sachen so was von enorm klein jetzt sind sie zwar viel zu groß aber ist mir jetzt egal also ich bin nicht blind wirklich nicht ich kann auch vieles doch lesen aber wenn meine vielleicht bin ich auch einfach nur von fs14 verwöhnt aber das ist einfach nee nee ich muss sehen was ich dann klicke ja gut das hat ja generell vorteile oliver ich bin mal hier ja dort ist sehr die ewige wiederholbaren quesst weil man ich bin ich bin noch mal hier stehen aber auch genug andere aber kein problem für dich mit dem außen ja das wäre nett wenn du das aufheben würdest dann locken wir erstmal wieder alle an am besten einmal hier mit hinten hinkommen nicht weiterlaufen das ist ja da hast du selber gehört jetzt immer macht ja nichts ich merke dir wenn ich stehen bleibe bleib am besten auch mit stehen so eventuell es sei denn wir laufen weg dann lauf wenn wir beide einfach am weg rennen sind dann wie zu dass du das gewinnst ok wie gesagt ich kann sie leider nicht mein locken du musst leider einmal bitte hier einfach durchlaufen weil dann kann ich sie alle auf einen flecken mal bis hin gleich so gut bist du nicht so jetzt muss ich brauche ich was ist es hier gelang weiter fuchs und fuchs ok die solltest du nicht alleine machen warte töte sie dir komm mit so jetzt brauche ich noch noch drei füchse und das war's ich liebe auis hier irgendwie nicht mit zu ist es doch gerade fuchs oder nicht ich habe nur fuchs ach ne die sind jetzt da hinten ok die sind da hinten ach so einfach weiterlaufen ich nehme alles mit was wir kriegen können so einmal kurz bis hierhin kannst du dich gleich noch heilen jetzt warten und mitkommen da liegen sie ja ein fuchs nur jetzt müssen wir warten ok dann tun wir das doch ja die spawnen dann hier irgendwann wieder ok ich werde mal gucken Ich hoffe, ich schaffe es immer noch, auf AOE-Schaden zu gehen. Wieso? Das muss ich nicht schaffen. Weil man da, glaube ich, irgendwie skillen muss. Ich weiß nicht, ob das geht, wenn man wegen Feinstellung so... So, so. Akademie Hardcore. Aha. Hm? Ne, deine Akademie da, Hardcore. Ach so, ja, ja, ja. Wo sind denn die noch? Sind das normale Füchse, oder...? Das sind normale Füchse. Also, wir müssen grad warten, bis die anderen kommen. Hm, bin ich grade blöd? Hm. Ich hab doch vorher irgendwas geschrieben. Irgendwohin. Ich weiß aber noch nicht, wohin. Hm. Ja, ich war mir eigentlich sicher, dass ich in den Modschänder geschrieben habe. Weil da ja auch drauf geantwortet wurde. Aber meine Nachricht ist halt einfach weg. Also, ohne Scheiße, ich weiß nicht, wo ich vorhin reingeschrieben habe. Ja, gut, irgendwo wird's sein, ne? Ja, das ist... Wo hattest du denn zuletzt deine Nachricht reingeschrieben? Weil ich hab auf die von euch beiden geantwortet. Zuletzt hatte ich den Mod-Channel, wegen Mittwoch. Und danach hatte ich den, wo man aber gefragt hat, wie es geht, in Blabe-Ecke. Ja, aber im Mod-Channel ist halt nichts. Weder von dir noch von mir jetzt. Das ist in der Tat eigenartig. Äh, also bei Mod-News ist halt nichts. Und bei Mod-Allgemein ist es bei mir halt auch nichts mehr. Der einzige, der dann halt geschrieben hat, war Hybrid. Ja. Deswegen bin ich grad so etwas confused. So könnten die Würfe jetzt hier bitte mal wieder auftauchen. Ja, wäre doch ganz nett. Weil so langsam geht mir das so ein bisschen... ...veroffenzieren. Ohne Scheiß. Ich bin nicht gerade echt blöde. Also im Mod-Channel ist bei mir nichts. Ist bei dir da irgendwas? Nee, tatsächlich auch nicht. Hä? Ich hab doch da vorhin reingeschrieben. Ja, ich ja auch. Das ist ja das Ding. Ist tatsächlich nichts. Hä? Weil... Das macht aber irgendwie keinen Sinn. Nö. Aber mal so gar nicht, gar nicht. Dann hat's irgendeiner gelöscht. Ja, aber warum? Ja, aber warum? Ja, weiß ich nicht. Einfach nicht. Aber einfach so macht man das ja nicht. Weil... Selbst die Nachricht von Mappa ist ja weg. Ja, ich weiß. Da ist ja alles... Alles davor ist weg. Aber es hat ja eigentlich da keiner irgendwas rumzulöschen. Ja, so langsam könnte der Fuchs tatsächlich mal kommen. Ah... Oder nicht. Davor oder hinten ist eigentlich angezeigt. Das ist hier wohl irgendwo an. Ja, ja. Es wird hier allgemein angezeigt, aber sie sind hier nicht. Gerade. Da sie nicht gespawnt sind. Sie müssten nicht hier oder da hinten spawnen. Ich hab da noch einen dritten Platz, aber den weiß ich leider nicht auswendig. Was hast du sonst noch für Viecher? Ja, hier nichts mehr. Ja, ja. Orte. Orte. Ähm... Ja, Turm, ne? Ja. Dann, äh... Grab im Rebstock hätt ich noch was. Hm... Okay. Huch. Ups, falsche Tasse. Ja, bei mir auch. Hm. Okay, Grab im Rebstock. Jo. Äh... Okay. Dann schwing die mal auf dein Tierchen. Okay, dann schwing die mal auf dein Tierchen. Ach ja. Ist da ein Vorteil, wenn man schon Level 46 ist. Und das sind die nicht mehr für dich. Wieso? Wieso ist das ein unbekannter Fehler? Was hab ich denn gemacht? Ich kann meine Altebs lieber rausholen. Es ist schlecht. Würde ich mal ganz pauschal so sagen. Ja, gut bemerkt. Ja, ne? Ist so. Ups. Wär ich so sonst jetzt nie drauf gekommen. Deswegen hab ich dir das ja gesagt. Deswegen hab ich dir das gesagt. Okay, aus der anderen Box kann ich rausnehmen. Jetzt geht's. Lol. Uh. Okay. Boosterkarte. Ein. Ack. Äh. Tumfismine. Grab im Rebstock, da hinten. Einfach mir folgen. Ja, ja, ich hab schon. Und durchgehend dann dein... Oh. deine Kutas zu drucken, wenn du siehst, dass zu wenig Leben da ist. Ey. Ja. Das ist mir auch klar. Wir wollen ja nicht, dass du wieder drauf gehst. Ja, danke, Mami. Danke. Mhm. Gerne. Weiß ich. Waren wir nicht in irgendeinem Ding auch verlobt? Was? Ja, irgendwo haben unsere Charaktere mal... Also hatten wir zumindest, äh... Waren wir der Partner des jeweils anderen. Bei Fiesta? Ja. Mhm. Aber ich glaub, das war mit den Privatschas. Ich würd sagen, so viele Charaktere hatte ich nicht, aber die Auswahl ist da relativ... Ne? Dann schauen wir dann nachher mal kurz. Tun wir das? Tun wir, ja. Ah. Was brauchst du hier? Ich brauche hier... Hacke, Hob und Geister. Okay. Kannst du da alles ziemlich dahin liegen. Äh... Achso. Könnte ich einmal kurz... Ah, ich weiß zumindest, dass ich hier ins Goblin-Lager komme. Na guck. Es ist ja schon mal was. Aber ein bisschen was brauche ich hier auch noch. Das ist doch schon mal gut. Rock... Knochen... Goblin... Und das ganze Gedöns. Hast du eine Hacke fangen? Ja, hat er. Liegt da. Ah. So, dann lass das mal die Mama machen. Denn die Mama macht das gut. Und... Ich brauche. Ich pulle einfach mal. So. Mach das. Ich habe gar niemand anderes verstanden. Will ich es wissen. Ist nichts Schlimmes. Ich will die Geister sich immer auflösen, ey. Die Geister sich immer auflösen, ey. Äh... Ja. Jetzt nur noch drei Geister. Dann ist das hier auch erledigt. Ja, ich brauche nur ein bisschen mehr, aber... Ja. Achso. Ja, gut. Ich weiß nicht, was tut es noch. Ja, ich ziehe einfach mal ein bisschen. Mach das. Weißt du, ich bin kein Tank und pulle trotzdem alles, was hier nicht miet- und nagelfest ist. So ist das. Nein, ich bin ein... Also jetzt. Ich war gerade festgesohrt. Ja. Das hat man gesehen. Hallo ihr kleinen Viecherchen. Ach schön. Pullen, ohne dass es Ärger gibt. Huch! Nein! Ich wurde gestunnt. Jetzt. Die haben mich in meinem Angriff unterbrochen. Die fiesen Mops. Die fiesen Mops. 200. Der meint doch. Das ist doch nicht möglich. Da... Kommt her, meine Kleinen. Ich übertreibe umso gar nicht. Nein. Wie kommst du denn da drauf? Wie will ich nicht? Ja, ich auch nicht. War nur so ein... Nein! Okay, sie haben mich gefesselt. Ich muss hier einmal... Ich sehe es, ich sehe es. Ich sehe es. Das kann man auch irgendwie ein, aber frag mich nicht wann und offensichtlich. wie... Ich glaube aber auch nur, dass man es heilen kann. Können Sie gleich mal ausprobieren, was so man so sehen sollte. Der Rock hatte keinen Bock mehr, der ist schon wieder... Ja, das ist ja egal. Der wollte nicht mehr laufen. Der wollte nicht mehr laufen. Den brauche ich... ...doch noch. Okay, die wiederholbare Aufgabe hat sich glaube ich, äh... ...in Luft aufgelöst. Okay. Gegengift brauche ich noch. Goblins brauche ich noch. Die Props brauche ich noch. Hallöchen. Hallöchen Popöchen. Gegengift. Und Gegengift. Und Gegengift. Wenn ich jetzt noch wüsste, wo die Goblins sind... ...wär das Ganze noch viel schöner. Okay. Doch kommt beides. Ja, da liegst du, ne? Du blöder Ink. Spürt ihre Macht. Ja, ne? Ja. Und danach macht man Feierabend. Nee, nicht ganz. Nicht ganz. Und noch einmal... Sie sehen gar nicht aus wie so eine Handpuppe, ey. Noch einmal... Ah. Schön, dass wir dann nicht gestern schon Rückfunk gehabt hätten. Oh Gott. Na gut. Eventuell musst du mich jetzt heilen. Ganz. Viel. Oh. Aber nur eventuell. Ja. Aber nur eventuell. Ja. Ich muss aber nicht verstehen, warum die keiner... Gott. Dem hast du es aber gezeigt. Ja, ne? Keine Chance der Gute. Keine Chance. Ja. Ja, ja. Springen. So, nochmal will ich die Aufgabe nicht machen. Das reicht mir. Boah, diese Spinnen sind ekelhaft. Und dort. So, Goblins. Müsste ich jetzt einmal mit ins Goblinlager nehmen. Okay. Wir laufen mal lieber. Und wir. Ja. Ja. Sonst stirbst du. Das ist nicht gesagt. Doch, irgendwie schon. Hm. Doch, irgendwie schon. Stark ist ja nur ungern. Ja. Ich weiß. Aber ich gehe lieber auf Nummer sicher. Du hast es eben schon nicht überlebt. So. Und das war in einem deutlich schwächeren Gebiet. So. Ich mein doch nur. Ja. Du meinst doch nur gut. Und. Du bist so gut. Ich weiß nicht. Ich muss nachher mal gucken, ob ich kurieren mal langsam. Höher kickt er jetzt immer noch auf eins. Ja, alles gut. Ja, alles gut. Und so. Es könnte sein, dass du hier einen drauf kriegst. Bin ich gerade tatsächlich an so einem scheiß Grasheim hängen geblieben. Hallo Grasheim. Hallo Grasheim. Hallo Grasheim. Wie gesagt, es könnte sein, dass du hier drauf gehst. Ja. Bin ich gewohnt. Also versuch in meiner. Ja. Bin ich jetzt zu bleiben. Ja. 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 Ich brauche auch was. Ah, das ist gut. Dasselbe wie du. Goblins. Ja, ich brauche nicht nur Goblins. Ich brauche mehr Goblins, aber nicht nur. Aber gut, dann kann ich ja einmal einen großen Pull machen, ne? Mach das. Ja, du bist ja Heiler. Ich äh. Ich frage nur. Okay, den einen kriege ich gerade nicht. So weit weg. So. Eins, was ich abgeben kann. Das nervt mich, dass ich diesen Scheiß-Beef-Zustrand nicht kochen kann. Ach, alles gut. Die epische Quest kann ich abgeben. 29 Prozent. Wie ist alles gut? Das sagst du immer so. Ja. Ist ja auch so. Okay, nicht mehr ganz so jugendlich. Wollte ich gerade sagen. Also mit meinen 25 bin ich nicht mehr jugendlich. Ach, du bist ja schon 50 Stunden. Wer sagst du denn, wie alt ich bin? Weiß ich nicht. 110. Was? Nein. Nein. Auf Gottes Willen. Dafür hat sich aber gut gehalten. Ja, ne? Also wenn ich mit 110 noch ausliege wie du mit 25 bin, dann bin ich zufrieden. Ich bin zufrieden. Ich bin zufrieden. Du bist so ein großer, dicker, fitter Schmetterling. Ja. Mit Studenten-Outfit. Ich habe hier der воды crawl und alles clipié zitiert. Oh, ettieй. 爆otOLD. Was ist denn das Gift im defekt Bethel? Was ist das Gift mal auf, ey? Jeden? In 30 Sekunden. Das ist Tier 3. Kein Wunder, das wir es nicht heilen können. Hine. Ist das Gef которого geheimniszustellen? Nee, klar. Hu. Wie ist das Schwert so wie das Schwert von Cloud? Ich h 팬. Bo emerge. Das war der Gesch nuovo Z. Welche, achso. Bin ich. Ich würd grad fragen, welches Schwert. Dass die teilweise in der Hand drücken. Witz. Sollte man hierher. Ein bisschen sieht das echt so aus. Das ist die Wiederholbar-Quest. Okay. Keine Wiederholbar-Quest. Ach du Grüne, ich hab hier immer noch. 12 Quests. Das ist doch überall. Stucki, dein Mana. Achso. Das kann ich dir leider nicht auffüllen. Nee. Ach, alles gut. Oh Gott. Was macht denn der Herr Frisch? Ist das auch am Zocken? Äh, ja, am Vergleich zur Bank. Ah, okay. Ich will also ausräumen, weil ist ja schon... Am Schalter kann er ja nicht mehr. Nö, da muss ich auch nicht hin. Da muss ich auch nicht hin. Ist logisch. Das ist mir schon klar. Oh Gott. Du denkst auch, ne? Egal, was er sagt. Ist eh durch, ne? Ja. Ja, super. Irgendwas muss ich doch von dir denken. Ja, ja. Ich denke ja auch nur gut von dir, also von daher. Werbär-Achselhaare. Werbär-Achselhaare. Deswegen riecht dein Inventar so. Was denn? Riecht doch gut. So. Mal kurz hier. Mal ein paar Quiz eigentlich abgeben. Ja, stimmt. Das können wir jetzt schon in der Zeit auch machen. Okay. Uh, ich hab ne S-Karte. Ui. Ja, ich bin doch ja noch am Karten sammeln. So. Ah, scheiße. Ja, ja, ich seh's. Nicht weg ran. Ja, nicht weg. Ich hab aber nur aus. Okay. Äh, so. Ja, die sind gleich. Auf der Registrierkarte mehr. So. Dann hab ich hier noch ein paar Registrierkarten. Äh, so. Ja, die sind gleich. Auf der Registrierkarte mehr. Dann hab ich hier noch ein paar Registrierkarten. die sind auf der karte gleich wunderbar du hast ein level ich sollte eigentlich heute auch noch eins schaffen wir werden aber hier erst mal den ersten part sind bei 35 minuten und dann würde ich sagen sehen wir hier im nächsten tag